Der Larp und Quillage war in München präsentiert Juggertrends und Regelrenns, die einzige Werbesendung der Peterspawns Und hier ist ihr reizender Moderator, hier ist Larpi Langur Hallo liebe Jugga, willkommen zu Juggertrends und Regelrenns Euer guter Freund Larpi Langur ist hier Um euch als alter Regelhase vor einigen Optionen in der laufenden Regelabstimmung zu wahren Die Larpi für unwählbar hält Larpi bittet euch für die Themen Kettenbandkopf, gewickelte Ketten, Führen von Kurzpumpfen und Abschaffung des Quorums mit Nein zu stimmen Für euch Streber in der Hasenschule, das sind die Punkte 9, 13, 15 und 22 In diesem Video erklärt euch Larpi, wo der Hase im Pfeffer liegt Es geht Larpi hier nicht darum, seine persönlichen Vorlieben zu bewerben Sondern darum, dass einige Änderungsvorschläge in ihren Formulierungen mit den bisherigen Regeltexten in Konflikt stehen Und teilweise Grundlagen für neue Unklarheiten bieten Wenn ihr euch für bestimmte Themenpunkte interessiert, nutzt die Kapitelfunktion Die einzelnen Themen hat Larpi mit Time kurz markiert Also sperrt die Lauscher auf und kommt mit Larpi tiefer in den Kaninchenbau Damit auch ihr wisst, wie der Hase läuft Kettenbandkopf Ab den Punkte 9 und 10 drehen sich darum, dass Teile von Pompfen, die keine Schlagflächen sind, bald Kopftreffer auslösen könnten Die Schwierigkeit liegt im Trefferbegriff Larpi hat nachgelesen Der Abschnitt 1-4 Pompfen ist die einzige Stelle im Regelwerk, die den Zusammenhang von Pompfen und Treffen regelt Mit Ketten und Nahbomben kann man andere Spieler treffen Darüber hinaus gibt es mehrere Regeln, die gültige Treffer beschreiben Wie das regelgerechte Führen 4-4-3 oder das Berühren von Trefferzonen 4-4-4 Dazu kommt eine Liste, die von gültigen Treffern ausschließt in 4-4-5 Gültige und ungültige Treffer Und genau da sollen die Abstimmungsoptionen das Berühren am Kopf mit allen Teilen der Pompfe Option A oder nur den Kettenstrang Option B ergänzen Im aktuellen Text steht aber bereits, dass ein Treffer ungültig wird Wenn ein Feldspieler in einer einzigen Bewegung der Pompfe Erst am Kopf und dann an dessen Trefferzone getroffen wird Wichtig ist, dass hier getroffen wird steht und nicht gültig getroffen Nochmal zur Erinnerung 1-4 mit Ketten und Nahbomben kann man andere Spieler treffen Also kann Lapi auch jetzt schon von einem Knauf oder einem Griff am Kopf getroffen werden Und dadurch wird ein gültiger Treffer derselben Bewegung ungültig Und Lapi muss Kopf ansagen, da alle ungültigen Treffer angesagt werden müssen 4-4-7 Beide Optionen überspezifizieren also eine Regel, die bisher nicht umgesetzt wurde Wenn man davon absieht, dass Option B in Abstimmung 10 nun auch schildend das Treffen zugesteht Die eigentliche Abstimmung ist also, ob ein Nerf für die Kette eingeführt werden soll Aber eine Anpassung an die bisherige Spielpraxis steht nicht zur Option Das macht Lapi traurig Lapi findet es nicht akzeptabel, eine Regeländerung mit Einfluss auf die Spielpraxis einzuführen Während es für Lapi keine Möglichkeit gibt, die Änderungen und ihre Auswirkungen Unter Turnierbedingungen mit seinen Freunden und Freundinnen zu testen Ganz unabhängig davon, welchen Einfluss man sich auf das Spielgeschehen erhofft Darüber hinaus ist es ungünstig, dass die aktuelle Spielpraxis bereits vom Regeltext abweicht Und es keine Wahlmöglichkeit für Lapi gibt, den Regeltext an die Spielpraxis anzupassen Gewickelte Ketten Mit der Kette geht es auch in Abstimmungspunkten 13 und 14 weiter Hier gibt es wieder keine Option, die die bisherige Spielpraxis abbildet Unter anderem, weil es verschiedene gelebte Ausprägungen gibt Die große Schwäche von allen drei Regelvorschlägen ist allerdings, dass dort der Begriff Zurückbringen eingeführt wird Dieser soll mit der Änderung eingeführt werden Allerdings war es so schwer, den Begriff vernünftig zu definieren, dass eine Definition zu dieser Regelabstimmung ausbleibt Es ist nicht klar, wann eine Pompfe erfolgreich zurückgebracht wurde Reicht es, wenn sie in Lapis Griffreichweite liegt oder muss Lapis sie in der Hand halten? Insbesondere in hitzigen Situationen schafft diese Unklarheit großes Diskussionspotenzial Außerdem ist der Umgang mit fremden Pompfen nicht geregelt Einige der Optionen zwingen SpielerInnen in diese Grauzonen hinein Und alle drei Optionen ermöglichen sie zumindest Und deswegen möchte Lapis keine von ihnen wählen Auch diese Regelvorschläge konnten nicht einem Praxistest unterzogen werden Und können maßgeblich die Meta des Spiels verändern Zuletzt möchte Lapis anmerken, dass im Hinblick auf das Thema der AG Umgang mit verlorenen Pompfen Die Wahlmöglichkeiten in Bereiche eingreifen Die außerhalb der eigentlichen Aufgabenstellung liegen Führen von Kurzpompfen In den Optionen der Abstimmpunkte 15 und 16 sind Lapis gemeinsame, aber auch individuelle Fehler aufgefallen Mit beiden Optionen strebt man an, das Führen von Kurzpompfen zu regeln Das ist in 1442 Kurzpompfen bisher wie folgt geregelt Zum regelgerechten Führen muss sich eine Hand an der Grifffläche befinden Also gilt aktuell eine Kurzpompfe unabhängig von einer zweiten Pompfe als gültig geführt Beide Regelvorschläge sollen aber in 1443 regelgerechtes Führen von Pompfen eingepflegt werden Dieser Regelbereich ist eigentlich dafür geeignet, Aussagen über alle Pompfen zu treffen Auch wenn hier vor einiger Zeit schon ein Nachtrag über Ketten hineingewählt wurde, den Lapis auch unpassend findet Aber das ist nicht Gegenstand von Lapis Vortrag Beide Optionen spalten die Definition von regelgerechten Führen und nötigerweise in Kapitel 1442 und Kapitel 443 auf Da in 1442 nichts geändert wird, entstehen widersprüchliche oder konkurrierende Aussagen Als Beispiel Option B Zum regelgerechten Führen muss sich eine Hand an der Grifffläche befinden 14 Seiten später bei Kapitel 443 Kurzpompfen werden nur dann regelgerecht geführt, wenn gleichzeitig in der anderen Hand der Schild oder die zweite Kurzpompfe geführt wird Das verwirrt Lapis Nun kommt Lapis zu den individuellen Schwächen der Formulierungen Option A Kurzpompfen werden regelgerecht geführt, wenn sich eine Hand an der entsprechenden Grifffläche befindet Hier wird von Kurzpompfen im Plural, aber von Griffflächen im Singular gesprochen Als Sammlung der Pompfengatten wäre das für Lapis noch okay Aber für den Sondervoll Doppelkurz ist das unsauber Das klingt, als könnten zwei Doppelkurzpompfen eine einzige Grifffläche haben Lapis versteht nicht, warum man das einführen sollte, wenn 1442 den Zustand schon sauber regelt In Option B wird unter anderem das Führen von Schilden mit der Hand als Bedingung für das gültige Führen von Kurzpompfen beschrieben Das Regelwerk hält sich zu dem Begriff Führen sehr bedeckt, außer dass Pompfer Pompfen führen 2-1 und dass der Schild einhändig geführt wird 1-4-4-1 Das regelgerechte Führen wird in den jeweiligen Unterpunkten von 1-4 beschrieben Schilde können nicht regelgerecht geführt werden, sondern nur geführt Was das genau bedeutet, Lapis hat keine Ahnung Und Option B gibt darüber auch keinen Ausschluss Die Option löst also die Problematik um das Führen von Pompfen nicht und ist daher ungeeignet Quorum Zu guter Letzt das Quorum Es stellt sicher, dass eine Regelabstimmung im Großteil der Jugger-Community genug Akzeptanz erfährt In den letzten Jahren hat das viel Aufwand verursacht, da das Interesse an der Regelabstimmung gering war Aber das Quorum-Veränderung erreicht werden musste In dieser Abstimmung gibt es keine Option, die Auswahl der zugelassenen Teams für die Regelabstimmungen sinnvoller als bisher zu wählen Sondern nur für eine quorumsfreie Wahl Das ist problematisch, weil so gar kein Interesse mehr bestünde, weite Teile der aktiven Jugger-Community zu erreichen und einzubinden Wenn eine Abstimmung ihr Quorum nicht erfüllt, ist sie vielleicht auch einfach nicht relevant genug Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo Regelfüchse und Hasen sich Gute Nacht sagen Labi betont nochmal, dass Labi nicht die Inhalte der von den Agies behandelten Themen ablehnt Sondern ihre technische Umsetzung Deshalb macht es wie Labi und wählt bitte bei den Punkten 9, 13, 15, 22, 9 Labi verabschiedet sich Liebe und Hiebe, euer Labi Langohr Das war eine brave Bege. Laura Hiebe